Was ist eine Frage der Position, auch in Deutschland? Es ist eine relativ heftige Debatte, die da tobt. Und wenn eine politische Debatte auf diesem Niveau tobt, dann liegt der Verdacht nahe, dass es nicht um richtig oder falsch geht, sondern es geht wahrscheinlich um Umverteilung. Die Umverteilung in diesem Zusammenhang entsteht, wenn Regionen oder auch Länder in einer Föderation fiskalische Vereinbarungen miteinander getroffen haben. Weil wie in jeder Gruppe ist es eben so, dass die, die viel haben, auch viel für die Gemeinschaft tun. Und die, die vor allem viele Schulden haben, von denen erwartet man in dem Zusammenhang verhältnismäßig wenig. In der Konsequenz kann man also durch eine hohe Verschuldung die Leistungen für die Gemeinschaft auf andere Schultern verlagern. Dieses strategische Element ist Ursache meines Erachtens für die massiven Kontroversen, die wir haben, in der auf der einen Seite Schuldendisziplin eingefordert wird, auf der anderen Seite diejenigen, die ohnehin schon verschuldet sind, auf ihre Autonomie pochen. Und jedenfalls zumindest mal Freiheit für sich selbst fordern. Es kommt in der Folge dann zu Entwicklungen, die man als Transferunion bezeichnen kann. Und Transferunionen haben ihre ganz eigene Psychologie. Diese Psychologie kann man studieren, beispielsweise im Verhältnis der Süd- und Norditaliener zueinander, aber auch im Verhältnis der Westdeutschen und der Ostdeutschen. In einer Transferunion, in der es Geber und Nehmer gibt, begegnen sich die Mitglieder der Union nicht mehr auf Augenhöhe. Und während die Transfers, die da fließen, vielleicht in der Anfangsphase noch Dankbarkeit auslösen, bei den Empfängern verändert sich mitunter das Verhältnis zwischen Gebern und Nehmern. Und die Dankbarkeit kann umschlagen in Gefühle des Neids, der Ablehnung oder der Entfremdung. Das sind gefährliche Entwicklungen. Und gerade wenn man jetzt in Europa die Weichen für eine neue Finanzverfassung stellt, sollte man sich über diese Probleme im Klaren sein. Denn es könnte bei einem Eintritt in eine Transferunion innerhalb Europas relativ schnell zu einem wiedererwachen nationaler Identität kommen. Mit den einhergehenden Vorurteilen, die das zwischen den Nationen mit sich bringt. Vorurteile einer Form, wie man sie sich eigentlich nicht wünschen kann. Diese psychologischen Aspekte einer Transferunion stehen, glaube ich, derzeit nicht so sehr im Brennpunkt der politischen Diskussion. Sie sind aus meiner Sicht aber für die Frage, in welche Richtung Europa sich entwickeln sollte, von großer Bedeutung. Und da, in welche Richtung Europa sich nicht wünschen kann.